Willkommen liebe Zuschauer vom Videokanal hier... Warte mal, noch einmal vor. Willkommen liebe Zuschauer vom Neulander Videokanal hier im Internet. Wir werden euch einen kleinen Videobericht jeden Tag liefern, den ihr auf YouTube genießen könnt. So, wir machen weiter und zwar mit dem Programm. Dazu gehen wir aber raus. Schauen wir uns das Programm einmal genauer an. Das Richten der Ausstellungstiere beginnt am Mittwoch ab 8 Uhr und am Donnerstag auch ab 8 Uhr. Die Ausstellung öffnet ihre Türen am Donnerstag ab 12 Uhr. Am Freitag ab 9 Uhr läuft der Santa Gertrudis Weltkongress hier los. Der endet mit einer Versteigerung ab 19 Uhr. Es gibt zwei interessante Kulturprogramme hier auf dem Rodeo Neuland. Das eine findet am Donnerstag ab 17 Uhr statt. Da gibt es Reitkünste und auch Musik. Das andere findet am Samstag ab 19 Uhr 30 statt. Da gibt es nur Musik von Millennium CR Show. Am Samstag ab 9 Uhr 30 findet die offizielle Eröffnungsfeier des Rodeo Neuland statt. Am Samstagnachmittag und am Sonntagnachmittag gibt es Reitsportaktivitäten. Und am Sonntagvormittag ungefähr ab 10 Uhr gibt es ein Motorsport-Event. Soweit geht unser Programmbericht hier. Danke fürs Zuschauen und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden jeden Tag ein kurzer Videobericht.